Ich habe mir mal wieder Gedanken um dich gemacht. Du bist so viel allein. Du musst das Buch von mir erhalten. Dass wir, das entscheidet. Bitte verschone uns mit solchen Überraschungen wie damals, als du in den Knast kamst. Das hat deinem Vater den Kreislaufkollaps eingebracht. Es tut mir leid. Hi, Thomas. Will dich wiedersehen. Du gefällst mir. Eigentlich möchte ich jemanden kennenlernen. Etwas Verbindliches. Keine Beziehung, ja? Sondern einfach mit jemandem eine gute Zeit verbringen. Ich fühle mich so wohl wie nee. Mit ihm ist so vertraut und doch fremd. Mit der Linke gönne ich dir. Hast du eigentlich auch noch was anderes als lesen? Ich will doch nur die Wahrheit wissen. Die wenigsten lesen überhaupt. Und ich habe angefangen in der Bibel zu lesen. Die wird wenigstens nicht alle Jahre umgeschrieben. Du hast doch gesagt, was ich sehen soll. Ach, mehr siehst du nicht. Ich mach deinen Kopf frei. Du bist, wie du bist. Du bist erfolgreich. Ein Vorbild. Ich will einfach nur in Ruhe gelassen werden. Ihr seid die blöden Kanickel, die nichts kapieren. Es ist doch alles nur Lüge. Das ganze Leben Lüge. Mut kann man nicht signalieren. Ich bewundere dich. Ich möchte Herrn Kern sprechen. Es ist dringend. Es ist dringend. Ich mach dich. Der wird alles auf. Ich bin ein Doktor vor. Der wird alles auf. Ich muss mich Cornen auf. Vielen Dank.